Also ich finde, es darf niemand geschlagen werden. Ah, okay. Kontroverse Meinung. Ganz gerne schon starten. Die Vereinigten Staaten von Amerika. Ja. So, Tino, heute geht's richtig rund. Ich hab mir Drogen mitgenommen, weil ich Kopfschmerzen habe. Hallo Sabrina, wir sind schon mittendrin in der Sendung, aber... Sag uns kurz Hallo. Hallo und tschüss. Das war unsere Praktikantin, FSJlerin, hier im Radio. Die wollte uns gerade schon wieder essen bringen und so, aber ich bin noch voll. Ja, vom Kaviar und vom Hummer. Tino, heute wird's eine richtig saftige Ausgabe. Aber wie, ey, aber wie. Ja, die, die, ach komm, erst mal Hallo. Erst mal Hallo, das war jetzt wieder so ein Cold Opener. Da ist euch richtig warm geworden, so cold war der. Also richtig Cold da oben. Richtig warm. Tino zieht jetzt erstmal einen halben Liter Wasser weg, weil er Kopfschmerzen hat. Denn er weiß, was wir heute für Themen hier besprechen. Wir sind nämlich Brennpunkt Internet und wir müssen Themen besprechen. Nämlich die, die die letzte Woche bestimmt haben. Und eines... Jämmerliches Theater in Thüringen und USA. Ich dachte mir, irgendwas mit stilles Kämmerlein könnte man vielleicht, weißt du, aber halt K-E-M-M-E-R. Draußen ist es kalt. Es ist sehr kalt draußen. Genau, Tino. Deswegen bin ich nächste Woche nicht da. Wir produzieren vor. Also, liebe Leute, nächste Woche hört ihr eine etwas andere Ausgabe. Ich bin sehr gespannt, was du geplant hast. Ich auch. Ja, da bin ich nämlich nicht da. Ein, was wir geplant haben. Und das wird ganz wohlig warm für euch. Es wird eine etwas andere Ausgabe. Also, falls nächste Woche tatsächlich der dritte Weltkrieg losgeht, werden wir wahrscheinlich nicht darüber berichten können. Außer wir stellen die Prognose, dass es passiert. Ansonsten lasst euch überraschen. Aber nicht, dass ihr verwundert seid, wenn plötzlich im Radio die Leute nicht mehr erzählen, was die letzte Woche passiert ist. Ich meine, wir sind ja hier die vertrauenswürdigste und wirklich wichtigste Quelle, was das angeht. Und wir mit unserem beißenden, wirklich spitzen Kommentar immer auf die Geschehnisse. Tino Ranacher und Robin Nosterafu TV. Und in diesem Sinne ein saftiges Aloha von der Datenautobahn. Während Tino sich jetzt seine Ecstasy einschmeißt, damit er diesen Podcast überlebt, kann ich schon mal sagen. Leute, ob ihr jetzt am Radio sitzt, an euren klapprigen Empfangsgeräten zu Hause und in Weimar eh schon wisst, um was es geht. Oder ob ihr das im Internet hört und trotzdem mitbekommen habt, um was es geht. Steigen wir ein damit? Natürlich, wir müssen damit einsteigen, Tino. Wir müssen damit einsteigen. Denn noch nie ist es in unserer Sendung passiert, und wir senden seit über einem Jahr, dass eine lokale Nachricht derart bundesweit Wogen und Wellen geschlagen hat. Und wie lokal das Ganze ist, das habe ich auch schon im Stream gesagt. Nämlich der Herr Kemmerich, um den es hier hauptsächlich geht. Der wohnt hier um die Ecke, ne? Der wohnt hier um die Ecke. So, jetzt können wieder die ganze Leute, der hat ja irgendwie Morddrohungen und sonst was gekriegt. Jetzt haben wir auch seinen Wohnort noch mehr geleakt. Das tut mir leid, das habe ich jetzt nicht bedacht. Aber das würden Politiker abkönnen. Ja, finde ich auch. Mit dieser, was war es, 93.000 Euro Abfindung oder so, die da kursierte, ich weiß nicht. Nach einem Tag, ja, also ich muss schon sagen, das ist ein sehr kreisvoller Job. Ist das bestätigt? Also es wurde berichtet darüber, ich kann es nicht sagen. Es gibt diesen Ehrensold auch für Ministerpräsidenten, aber nach einem Tag schon war mir auch nicht bewusst. Wir können ja das einfach, Herr Kemmerich, geben Sie es uns einfach mal zum Zählen. Wir überprüfen das, ob diese News stimmt. Ja, und wenn es weniger ist, dann ist es halt schade, ne? Tino, was ist denn passiert? Komm, für alle Leute, die jetzt wirklich völlig unter dem Stein wohnen, unter dem auch Patrick Starr sich gerne aufhält, erklär noch mal, was passiert ist. Liebe Leute, viele von euch werden es nicht mehr hören können, ja, und ich eigentlich auch nicht. Die letzten drei Tage waren für mich unfassbar kacke, weil ich von allen Seiten zugeschissen worden bin. Oh, Tino, was ist da los bei euch in Thüringen? Was hast du wieder angestellt, Tino? Warum trittst du nicht an und was ist denn da los bei euch? Warum trittst du nicht ein auf die Leute? Das auch, ja. Und ich habe so viele Nachrichten schreiben müssen, ich habe so viel geschrieben und gechattet und getelefoniert. Also folgendes, liebe Leute, ja. Es gab im letzten Jahr Landtagswahlen in Thüringen, dem Bundesland, in dem sich der Brennpunkt befindet. Und dort war es so, dass es keine realistische Mehrheit gab, ja. Also bisher hat Rot-Rot-Grün regiert, also SPD, Linke und Grüne, aber die haben dieses Mal keine Mehrheit bekommen. Aber auch CDU nicht, FDP nicht. Alles, was, ja, das Zünglein an der Lage war eigentlich die AfD. Aber mit denen will keiner arbeiten. Jetzt war es so, dass es die Wahl gab zum Ministerpräsidenten. Und es war klar, dass es keine Mehrheit geben wird. Also keine absolute Mehrheit. Da brauchst du ja mehr als 50 Prozent dafür. Und dafür gibt es halt drei Wahlgänge. Und es wurde nur angekündigt, dass die Linke und die AfD einen MP-Kandidaten stellen wird. Die Linke natürlich, Bodo Ramelow, gestützt von Linke, SPD und Grüne. Und Kindervater hieß der. Parteilos... Kellerkind, habe ich gesagt. Allerkind. Also ich wusste es halt wirklich nicht. Ich wusste, dass es irgendwas mit Kind war. Ich habe es mir einfach nicht gemerkt. Ja, Kindervater heißt er. Da ist ein Kellerkind. Aber ist ähnlich absurd, der Name. Ja, ein parteiloser Bürgermeister von Sundhausen oder irgendeinem komischen Kaff. Was er mit der AfD zu schaffen hat, weiß keiner so richtig. Jedenfalls, die ersten... Es war klar, dass die CDU und die FDP sich enthalten wird bei der Wahl. Weil die wollten weder den Linken noch den rechten Kandidaten unterstützen. Und so haben sie sich auch brav enthalten. Die ersten zwei Wahlgänge. Es gab keine absolute Mehrheit. Und keiner konnte gewählt werden. Aber in Thüringen ist es so, dass wenn die ersten beiden Wahlgänge keine absolute Mehrheit haben, dann gewinnt im dritten Wahlgang der mit den meisten Stimmen. Egal, ob es die absolute Mehrheit ist. Und die AfD dachte sich, aha. Aha, Steinbischalott. Wir werden die FDP herauskitzeln. Denn die werden nicht wollen, dass Ramel Bodolo wieder an die Macht kommt. Und die werden sicherlich im dritten Wahlgang den Kemmerich aufstellen. Und so kam es auch. Die FDP hat im dritten Wahlgang beschlossen, Thomas Kemmerich von der FDP aufzustellen. Und der FDP war schon irgendwie klar, okay, ich glaube, wenn Bodolo nicht gewählt wird und der Kindervater nicht gewählt wird, dann werden die restlichen Leute mich wählen. Also ich fand, dass es logisch war. Und so kam es auch. Kemmerich stellt sich auf. CDU, FDP und die AfD stützt den Kandidaten der FDP und lässt ihren eigenen Kandidaten fallen. Den Kindervater, der mit null Stimmen raus ist. Und somit wurde ganz frech und strategisch Kemmerich zum MP gewählt. So, aus mehreren Gründen ist das eine kontroverse Sache. Die einen sagen, ey, ist doch okay, der kann nichts dafür. Die anderen sagen, hier wurde im dritten Wahlgang das Dritte Reich ausgerufen. Die Wahrheit liegt dazwischen. Was erst einmal unbestreitbar ist, dass es sehr, sehr seltsam ist. Das hast du, glaube ich, gar nicht dazu gesagt. Dass ein Ministerpräsident jetzt gestellt wurde von einer Partei, die gerade so die 5% in den Landtag geschafft hat. Es war echt eine Handvoll Stimmen, dass die FDP es mit 5% in den Landtag geschafft hat. Das ist ein Unding. Und dass diese Partei den MP stellt, das ist ja schon mal die erste Frechheit. Es ist alles legal. Das will ich echt nicht abstreiten. Es war alles legal. Viele Sachen, die ich mache, die sind legal. Und trotzdem nicht ganz koscher vielleicht. Aber moralisch schon verwerflich. Und auch die Reaktion von dem entsprechen. Die Linkschefin hat dem Kemmerich ihren Blumenstrauß vor die Füße geworfen und so. Es wurde mit Nazi betitelt. Oder Nazi, wie hieß das Wort? Heuchler und Scharlatan. Irgendwie sowas haben sie gerufen. Ich habe einen so einen Link gepostet. Das fand ich ganz schön, wie dann so diese ostdeutschen Zwischenrufe. Scharlatan! Was glaubst du denn, was du hier machst? Das fand ich ganz geil. Es fiel auch Nazi, aber das geht zu weit. Das ist vielleicht ein bisschen hergeholt. Es war eine Klatze, aber er ist jetzt keine Klatze. So, das kann man sagen. Und der Skandal war riesig. Wie kann es denn sein, dass Kemmerich die Wahl annimmt, obwohl er wusste, dass die Stimmen von der AfD kamen und sie ihn quasi ins Amt gehoben haben? Und es gibt sogar auch das Zitat, ein AfD, ich glaube der Stellvertreter von Köcke, hat in die Kamera gesagt, wir haben dem Kemmerich eine Falle gestellt und er ist reingetappt. Es war also alles Kalkül und Kemmerich hat die Wahl angenommen, was halt für viele der Stein des Anstoßes war. Würdest du sagen, wenn der nicht angenommen hätte, wäre das nicht so eskaliert? Ich glaube nicht, nein. Also der Move an sich wäre ja trotzdem da gewesen. Der Move, dann wären aber nur die AfD die Bösen gewesen. Aber wenn der Kemmerich gesagt hätte, Moment mal, ich rechne mal durch, 1, 2, 5. Nee, die AfD hat mich auch gewählt. Ich nehme die Wahl nicht an, denn ich will die AfD, die rechtsextreme Partei nicht legitimieren. Und genau das ist ja der große Streitpunkt. Und es tut mir leid, liebe Leute, dass wir jetzt auch relativ ernst hier gerade reden. Es ist ja auch sehr ernst. Es ist bundesweit ernst. Das ist ja, das soll ja, also wir haben hier über viele Ernste. Wir haben Kobe Bryant, der irgendwie einen Backflip vom Helikopter runter macht. Das ist auch ernst. Ich habe 10 Follower verloren, ja. 10 Follower wegen diesen, der Ausgabe hat. Na, dann ist es wirklich eine ernste Sache. Da hört der Spaß auf jetzt, wenn Tino sogar Follower deswegen verliert. Wegen Kobe Bryant, ja. Ach, wegen Kobe? Wegen Kobe. Ach so, ich dachte wegen jetzt weiter dich hier irgendwie zu dieser Sache. Nee, ich habe einfach geschrieben, irgendwie Absturz auf allen Wellen oder so. Und dann habe ich 10 Follower verloren. Okay. Von vielen Kobe-Fans. Habe ich scheinbar Basketballer. Habe ich wieder eingeholt, aber trotzdem unschön, unschön. Naja, was ich sagen wollte, keine Sorge. Wir werden auch wie die Lester-Schwestern dann über irgendwelche, haha, da hat jemand wieder hingekackert bei YouTube, haha, lol, da reden wir gerne auch drüber. Aber es ist wirklich gerade tatsächlich in der ganzen deutschen Hemisphäre großes Thema, bis hoch zu Angela Merkel, die ja gleich gesagt hat, das ist ein Unding, was da passiert ist. Das muss rückgängig gemacht werden. Das ist ja auch richtig und auch Lindner will die Vertrauensfrage stellen und auch Lindner will die Vertrauensfrage stellen und auch Kemmerich will die Vertrauensfrage stellen und Mohring ist zurückgetreten. Also es gab einen, also der ist ja Vorsitzende der CDU-Fraktion im Landtag. Lindner hat ja wohl angedroht, dass er zurücktritt, wenn Kemmerich nicht zurücktritt. Oder, ich dachte, er will die Vertrauensfrage stellen, trotzdem. Ist auch egal. Okay, aber wenn Deutschland irgendwelche Fragen stellt, das wissen wir aus dem Dritten Reich, das ist manchmal gefährlich. Deswegen schauen wir mal, ob es so weit kommt. Auch wenn jetzt viele sagen, das ist doch alles nicht so schlimm, der Skandal ist ja eigentlich... Das wollte ich gerade sagen, genau. Weil ich glaube, das ist einfach der Punkt, den auch viele nicht ganz verstehen oder nicht sehen. Vielleicht auch zu Recht, das ist diskutierwürdig. Diskutabel. Diskutabel. Der Punkt ist, du sagst ja vehement, man darf die AfD nicht legitimieren, indem man sie solche Entscheidungen treffen lässt. Wenn ich dagegen argumentiere, ich bin, das müssen wir jetzt mal vorne wegschieben, auch wenn das vielleicht auf der einen oder anderen Diskussionsebene vielleicht so gewirkt hat, ich bin jetzt kein Freund der AfD. Ach so. Naja, weil ich versuche dann schon immer einfach mal, ich kann halt eine eindeutige Meinung haben. Also für mich ist zum Beispiel unumstreitbar, dass es total dumm ist, dass ein 5% Ministerpräsident da am Start ist. Das macht einfach irgendwo keinen Sinn. Auch wenn es natürlich legitim irgendwie erstmal passiert ist. Ja. Ich sage ja nicht, dass das irgendwie uncool oder dass das schlecht ist, dass das passiert ist. Aber es ist erstmal uncool, dass es so ist. Wenn da ein Mann, den 5% der Bevölkerung eigentlich überhaupt haben wollte, plötzlich Ministerpräsident ist. Dann ist aber der Punkt, du sagst, legitimiert. Und ich argumentiere dann hauptsächlich halt dahingehend, wie verhindert man am effektivsten, dass vielleicht die AfD stärker wird. Und ich glaube, weil ich da sehr am Wähler argumentiere und du wirst halt nicht die AfD-Politiker an sich jetzt irgendwie, weißt du? Ey Leute, zeig doch mal Einsicht. Offene Grenzen sind vielleicht ganz gut und Menschen irgendwie alle gleich behandeln und jeder Mensch, die Würde des Menschen ist unantastbar. Egal, wo der herkommt und welche Hautfarbe der hat und so weiter und so fort. Also, da wirst du vermutlich nicht so viel erreichen, sondern eher beim geneigten Wähler. Denn wenn der Wähler nicht mehr Bock hat, AfD zu wählen, dann ist die AfD halt auch nichts mehr wert. Und dann ist sie nicht so. Und das habe ich ja auch schon sehr oft gesagt, gerade auch mit den einen oder anderen Parallelen zu Amerika, wo ich vielleicht sogar ein bisschen leidenschaftlicher drin bin einfach. Das gebe ich gerne zu. Dass die AfD halt schon sehr viel Schwung dadurch bekommen hat, dass halt immer wieder so kleine, wir hatten das, da warst du glaube ich nicht dabei. Mit dieser, als Höcke diese Deutschlandfahne da in dieser Sendung hinlegt. Hätte man das einfach ignoriert, weißt du? Ich glaube, das wäre der effektivere Weg gewesen, als aus dieser eigentlich kleinen Sache so einen Riesenskandal zu machen. Sodass dann alle etwaigen AfD-Wähler sagen, ach, der zeigt doch nur eine Flagge, der sagt doch nicht mal, er ist Nazi. Aus deren Sicht, ne? So, der sagt doch nicht mal, ich bin jetzt Nazi, sondern ich finde es einfach nur okay, eine Flagge zu zeigen. Das darf der jetzt nicht mal. Alter, na, den werde ich zeigen, den wähle ich jetzt. So, dieses. Man will es halt nicht unkommentiert stehen lassen, was da passiert. Das verstehe ich schon. Sonst wird es ja normal. Naja, weiß ich nicht. Wenn man es ignoriert, ich glaube, dann wäre es halt viel weniger einfach bekannt geworden oder so. Ich glaube, viele Linke sind einfach so hysterisch auch, einschließlich mir, weil man so ein bisschen auf die Vergangenheit schaut und guckt, wie hat es denn die NSDAP geschafft, so groß zu werden. Und das waren die gleichen Strategien, wie es die AfD tut und wie die anderen Parteien umgegangen sind mit der NSDAP früher. Die haben sie auch entweder ignoriert oder gesagt, komm, lass die mal mitspielen, das wird schon nicht so schlimm werden. Dann wurden sie aber immer größer. Deswegen wollen wir jetzt die richtigen Schlüsse ziehen und sagen, okay, was hätten die Parteien früher anders machen können, um die NSDAP aufzuhalten. Und deswegen versucht man heute in den demokratischen Parlamenten die AfD auszuschließen und nicht einzubeziehen in wichtige Entscheidungen. Aber hast du das Gefühl, dass da, also klar, irgendwie sagt jeder für sich, so AfD wollen wir nicht irgendwie unbedingt machen, aber hast du das Gefühl, dass sie wirklich geeint sind? Die AfD ist nicht geeint. Nee, 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 die alle anderen. Das habe ich halt nicht das Gefühl. Und das wäre meiner Meinung nach, dass sie halt eher, sie sind halt untereinander trotzdem auch so verfeindet. Ja, das ist auch schon eine Aussage, dass alle Parteien, auch ohne die AfD, voll die Streithähne sind, aber gegen die AfD zusammenhalten. Das ist doch auch eine Aussage. Aber das meine ich halt. Also ich habe nicht das Gefühl, dass es wirklich so ein Zusammenhalt in dem Sinne ist. Jeder sagt das irgendwie für sich, aber es gibt irgendwie nicht so ein... Nein, in dem Punkt sind sie sich eben einig, alle Parteien. Das merkst du auch in den Bundestagsdebatten. Ja, wir meinen, glaube ich, nicht ganz das Gleiche. Ich weiß nicht. Naja, klar sind FDP und Linke meilen wir auseinander. Für mich fühlt es sich nicht an, als würden da irgendwie, als würden Lindner und Merkel sich so Arm in Arm liegen und sagen, ey, guck mal die, jo, wir machen das schon ohne die so, weißt du? Sondern eher so, jede Partei sagt für sich, AfD finde ich nicht cool. Weil die haben ihre eigenen Umgangsformen mit der AfD, meinst du? Ja, ich weiß es nicht. Vielleicht weiß der geneigte Zuhörer, wie ich es meine. Einfach nur, dass sie darüber hinaus einfach irgendwie mehr miteinander, weil das ist ja das Problem. Spaltung im Land führt natürlich dazu, dass solche Parteien auch größer werden. Das haben wir auch gestern gesagt und ich finde, das ist ein wichtiger Punkt, dass wir ja, jetzt wir beide und auch andere in unseren Kreisen, ja, wir sind ja eigentlich mehr oder weniger alle auf der gleichen Seite, diskutieren und streiten aber darüber, wer jetzt noch richtiger ist auf dieser vermeintlich richtigen Seite. Wir streiten uns über den Umgang mit der AfD, genau, und es ist ja auch ganz wichtig, dass man das tut. Ja, aber weißt du, was ich meine? So? Ja, klar. Also das führt, glaube ich, auch nicht dazu, dass das weniger wird auf der Gegenseite. Ja, man muss sich ja einigen können letztendlich auch als Gegenteil der AfD. Muss man, aber tut man das? Man verfügt sich nicht so an. Nicht wirklich. So, und jetzt zurück zur Sache zu kommen, ab diesem Punkt gibt es gar keinen Weg, glaube ich, das aufzulösen, sodass nicht die AfD profitiert, so wie ich das sehe. Naja, bei Neuwahlen, es gab Umfragen jetzt nach dem... Erstmal nicht jetzt auf Wahlergebnisse, sondern die Meinung von AfD-Wählern, weißt du, egal wie es jetzt passiert, wenn man sagt, es wird rückgängig gemacht, sagt man, was ist das für eine Diktatur, das wurde rechtmäßig hier quasi bestimmt. Aber auch rechtmäßig wieder abgestimmt. Ja, natürlich, aber aus Sicht, das ist alles egal, was du da sagst, ich rede immer aus Sicht der Wähler, die diese Partei wählen. Die das wollen, ja genau. So, und ob die das jetzt haben, also wie du es machst, machst du es jetzt verkehrt oder nicht, aus deren Sicht? Es steckt vielleicht auch so ein Fünkchen Hoffnung in der ganzen Sache, dass die Leute irgendwann sagen, es bringt doch eh nichts, die AfD zu wählen, weil die eh keine haben will, aber das ist wahrscheinlich sehr utopisch. Ja, das glaube ich eher nicht. Ich glaube eher, dass die dann sagen, oh, guck doch mal hier, wie die die sabotieren, dann wähle ich die noch mehr rein, da können sie die nicht mehr sabotieren. Ich mache ja zwei Kreuze bei denen an der nächsten Mal. Ja, mach das. Ja, aber was ich hinaus wollte ist, dass wäre Kemmerich, ich wollte jämmerlich sagen, wäre Kemmerich im Amt geblieben und hätte das so durchgezogen, was da noch passieren kann, dann hätte er immer wieder auf Mehrheiten von der AfD plädieren müssen, weil Linke, Grüne und SPD werden seine Anträge nicht annehmen und nur mit CDU kriegt er keine Regierung hin und keine Mehrheiten durch. Das heißt, seine Strategie hätte sein müssen, in Zukunft mit der AfD zu kooperieren. Vielleicht, das ist ja eigentlich das perfekte Beispiel, um zu verdeutlichen, was ich meinte. Wenn sie wirklich alle so geschlossene Meinung wären, AfD auf keinen Fall, dann wäre das gestern gar nicht passiert. Aber so, da es jeder für sich sagt, eigentlich hätten sie sagen müssen, bevor das hier so passiert, wie das gerade passiert, dann macht halt die CDU mit der Linken, obwohl das undenkbar ist an sich. Weißt du? Zum Beispiel. Aber das passiert nicht. Das will die CDU nicht. Natürlich wollen die das nicht. Ja, wir haben versprochen, links und rechts machen wir nicht. Haha. Ja, aber dann muss man halt, an irgendeinem Punkt muss man sich vielleicht entscheiden, was jetzt vielleicht das geringere Übel ist. Ja. So, und das war ja auch so ein bisschen meine Frage mit diesem DDR-Ding, was du ja auch so meinst oder so magst. Ob man in 50 Jahren auch noch sagt, in der Linken, dass dann alles diese Mauern schützen und SED-Spitzel. Also ab wann ist dieses Argument quasi nicht mehr gültig? Weil langsam. Ab sofort eigentlich, schon lange. Also die Linken haben sich ja schon lange abgespalten von der SED und haben sich auch zur Demokratie bekannt. Und es sind auch nicht mehr die gleichen Leute. Das meine ich ja. Aber noch gibt es ja diese Argumente. Ich rede auch hier nicht von den Fakten, Tino. Ja, ich weiß, ich weiß. Ich rede hier immer von diesen Leuten. Aber auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen. Ja, okay. Aber das kommt vielleicht manchmal beim Schreiben nicht so rüber. Aber ich argumentiere halt meistens aus der Sicht von Leuten, die halt so denken. Ja, das verstehe ich. Um diese Seite auch zu verstehen und vielleicht auch diese Seite halt zur Diskussion freizugeben. Weil wenn man die Seite ignoriert, dann wird man da nicht gegen ankommen. Man muss die schon auf keinen Fall ignorieren. Aber wie ich auch geschrieben hatte gestern, man läuft halt immer so vor Mauern. Also ich lese ganz oft auch auf Jode gestern. Oh, das ist ja DDR 2.0. Die Linke muss weg. Und da stelle ich auch gegenüber so, was ist denn DDR? Die Linke an sich hat ja gestern da oder vorgestern da gar nicht so viel gemacht für. Die wussten, dass es sich von alleine klärt, dass die anderen schon demonstrieren werden und so. Vor allem auch Merkel zum Beispiel. Wenn Merkel sagt, das muss rückgängig gemacht werden, da hat ja die Linke dann damit nichts zu tun. Selbst AKK und Merkel und Sigmar Gabriel haben den Linden angerufen, um denen zu sagen, der ist von einer anderen Partei, mach das mal rückgängig. Das ist doch scheiße. Wenn das passiert, dann ist doch schon sowas erreicht wie ein Grundkonsens zwischen den Parteien. Das war ja noch der große Punkt, du sagst. Wie gesagt, man darf die Partei nicht legitimieren, indem man sie eine Entscheidung treffen lässt. Und mein Argument, auch wieder aus Sicht dieser Wähler dann, wenn du jetzt diesen Leuten aber das Gefühl vermittelst, dass die AfD keine guten Entscheidungen treffen kann, selbst wenn sie auf dem Papier eine gute sind oder eine Entscheidung, die auch die Linke oder wer auch immer treffen würde. Gibt's auch, ja. So. Ich glaube nicht, dass es fertig ist, diesen Leuten dieses Gefühl zu vermitteln. Und das war ja so, warum ich dieses Beispiel genommen habe. Wenn du jetzt überlegst, ja, was wäre, wenn eine Entscheidung, die eigentlich voll gut ist, ich hab was Lappalien-mäßiges genommen hier, Theaterplatz begrünen, was auch immer. Und die AfD entscheidet, selbst wenn es nur eine Stimme ist, eine Stimme AfD ist dafür. Und dann sagt man, nee, das können wir aber jetzt nicht machen, weil die AfD dafür ist. Ich verstehe absolut deinen Ansatz, auch den geschichtlichen Kontext, das ist diesen Wählern aber egal. Und wenn du diesen Leuten das Gefühl vermittelst, egal was sie machen, ist alles scheiße, dann werden die aus Frust noch mehr. Aber ich glaube, der Grundkonsens ist schon, dass man auch die Stimme der AfD akzeptiert, wenn es um Anträge geht. Das wird, glaube ich, bundesweit schon durchgeführt, glaube ich zumindest. Es passiert nicht oft, dass die AfD mit der Linken zusammen abstimmt, weil auch die AfD gerne die Anträge der Linken erstmal ablehnt und dann selber nochmal einbringt am nächsten Tag. Das gibt's auch. Das hat's auch gesagt. Aber es gab auch schon Fälle, wo die AfD mitgestimmt hat für Anträge, die sinnvoll waren. Da hat man auch dann gesagt, egal, ist ja jetzt durchgesetzt worden. Aber man will halt keinen Präsidenten hochheben lassen und vor allem nicht so strategisch, wie es die AfD getan hat. So, jetzt nochmal zu dem neuen Szenario, das haben wir noch gar nicht besprochen. Wenn jetzt Neuwahlen kommen, eventuell, also die CDU hat aktuell gesagt, sie haben kein Interesse dran, dass gerade Neuwahlen sind. Weil die abgestürzt sind bei den Umfragen jetzt, ja. Aber es wurden natürlich auch gesagt, früher oder später, wenn sie jetzt keine Lösung finden, wird es auf Neuwahlen rauslaufen. Also es ist mehr so ein, wir gucken, ob es geht, ansonsten gibt es keine andere Wahl. Sie machen jetzt nochmal eine MP-Wahl quasi und diese drei Wahlgänge und gucken, was passiert. So, und da ist auch die nächste Frage, was wäre, wenn jetzt die AfD plötzlich aus Trollgründen für Bodo Ramelow stimmt und tatsächlich, weil eben nicht diese Parteien so geeint sind, eigentlich, wenn sie geeint werden und das wirklich so schlimm finden alle, wie gesagt wurde, dann müssten jetzt eigentlich alle bis auf die AfD für den anderen stimmen. Was die CDU auch angeboten hat, habe ich gelesen, dass sie jetzt eine rot-rot-grüne Minderheitsregierung tolerieren würden. Okay. Es wird wohl darauf hinauslaufen, dass die CDU auch für Ramelow stimmen wird. Aber weißt du, was ich meine? Das verdeutlicht so ein bisschen, was ich meinte, dass eigentlich hätte es vorher schon passieren müssen, wenn eigentlich allen irgendwie klar war, dass das hätte passieren können. Auch der CDU, als sie dann für Kemmerich gestimmt hat, hätten eigentlich damit rechnen können. Es musste erst mal knallen, es musste erst mal demonstriert werden und Proteste geben, bis das halt umgestimmt wird. Ja, und falls eben jetzt diese Einigung oder diese Geeintheit nicht passiert und die AfD aus Treugründen für Bodo Ramelow stimmt und er... Was sie nicht machen werden? Was? Was sie nicht machen werden? Nur mal rein fiktiv, ja. Nur rein fiktiv. Und an das tatsächlich auch die Wahl irgendwie entscheidet, weil die CDU sich dann enthält oder sowas. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Oder die CDU dann für Kinderficker stimmt oder wen auch immer. Dann, was ist dann? So, dann muss man das ja auch rückgängig machen. Weiß ich nicht, ob man das muss. Siehst du so, das ist... Jetzt kommst du wieder mit deinem Scheiß hier. Ja genau, es ging ja darum, dass die unbedingt die rot-rot-grüne Regierung abwählen wollten. Ja, aber dein Argument war und wie auch viele andere und ich verstehe das ja auch, auch wenn ich es vielleicht nicht hundertprozentig genauso sehe, jede Entscheidung, die die AfD trifft, legitimiert sie und das gilt es um jeden Preis zu verhindern, damit 1933 ja nicht wieder passiert. Naja, hier geht es ja um eine Wende. Die AfD und die FDP und die CDU wollen die linke Regierung ja stürzen. Aber jetzt geht es ja darum, die linke Regierung aufrechtzuerhalten. Und wenn die AfD dafür stimmen würde, dann würde ja was mit denen nicht stimmen, weißt du? Ich verstehe das alles. Das ist ja erstmal auch nur ein fiktives Beispiel. Aber vielleicht aus Trollgründen, was weiß ich. Ich glaube nicht, dass es die Wähler der AfD so schockieren würde, dass sie sagen, jetzt wähle ich sie nicht mehr. Weil wie Trump halt auch so dieses, die haben halt dieses, die machen jetzt mal gegen das Establishment, auch wenn es irgendwo Quatsch ist. Weil die sind jetzt hier nicht irgendwie die krassen Leute, für die sie sich so verkaufen. Und ich kann nur jeden einladen, ja liebe Leute, sprecht mal mit AfD-Wähler, versuchts mal mit Strategien, entweder mit der Moralkeule oder auch mal zu kommen mit Fakten. Es funktioniert nicht. Es klappt nicht. Ich glaube aber, das Ding ist auch... Weswegen ich eben doch wichtig finde, dass man auch den Politikern den Marsch bläst. Ja, natürlich. Also so meinte ich es auch gar nicht. Aber ich glaube, das habe ich jetzt nicht noch geschrieben, weil ich wollte es echt in der Nostara-Wohlfühl-Oase, in die man sich reinkaufen kann für drei Dollar Patreon-Support im Monat, vielen Dank dafür. Da wollte ich das jetzt nicht noch weiter ausführen, weil ich dachte, okay, das lief jetzt einen Tag, deine Nachricht kam dann irgendwie mitten in der Nacht. Weil ich nicht schlafen konnte, ja. Ja, sorry, aber dann wollte ich nicht, dass das den nächsten Tag auch noch so weitergeht, weil es ist vielleicht ein bisschen viel. Und da wir hier jetzt heute eh sprechen, was wollte ich eigentlich sagen? Du hast einen langen... Ach genau, wenn du nämlich mit diesen Leuten sprichst, die AfD wählen, dann hast du ja gesagt, bist du auf Demos und Anhörungen und solchen Sachen. So, und das sind ja wirklich die Hardliner. Die kriegst du wahrscheinlich nicht. Nein, nicht nur. Also selbst wenn ich einfach selber einen Wahlstand gemacht habe mit meinen Genossen und wir haben einen Wahlkampf gemacht, selbst dann kommt ja Oma Gerda von nebenan und spricht mich halt an und sagt, nur AfD. Und ich habe auch schon... Vielleicht ist die auch eine Hardliner. Ich meine, was ich sagen will, da ist ja so eine große Dunkelziffer von AfD-Wählern, die gar nicht zu sowas gehen, die einfach zu Hause sitzen und sich sagen, okay, jetzt ist Wahl, naja gut, ich probiere es mal mit der AfD. Und die holst du halt. Die sich nur informieren über Fernsehen und Facebook, wenn es hochkommt. Facebook, ja, großes Problem meiner Meinung nach. Das Ding ist nämlich auch bei Facebook, hatte ich jetzt auch gerade mit einem Kumpel, der jetzt gestern gesagt hat, er will da weg. Jeder, der halbwegs clever ist, hat halt Besseres zu tun, als auf Facebook die ganze Zeit unter irgendwelchen Bildern und Videos seine scheiß Meinung zu posten. Die haben einfach Besseres zu tun. Ja, aber so hast du ja eine laute Minderheit, wenn die wenigen laut sind. Es ist halt wirklich so. Und deswegen finde ich halt auch diese Aktion, dass man die AfD auch in den Parlamenten bloßstellt mit Reden und mit Aktionen, das ist doch sehr wichtig, weil das ja auch in die Timeline gespült wird von AfD-Hardlinern. Und die dann sehen, wenn ich sehe, wie dumm die Storch da rüberkommt, dann kann die gar nicht so schlau sein. Also ja, ich finde das gut, die bloßzustellen und so, aber ich glaube, die sind in einer Filterblase, wo das vielleicht nicht bei allen ankommt. Also ich weiß, ich meine wirklich, Alter, wir reden schon fast eine halbe Stunde darüber. Das ist auch ein wichtiges Thema. Es ist wirklich groß. Aber wir müssen vielleicht langsam dann zum Schluss kommen. Ich meine wirklich die Hardliner, wie viele sind das? Wie viele hatten wir jetzt hier in Thüringen? 20% irgendwie, was war es? 20% oder was? War es 26%, 25%, 26%? So viel doch. Okay, 26%. Sagen wir 26%. Ich würde sagen, davon sind maximal 10% wirklich diese Leute, die dann auf Demos sind und auch schreien und so. Und da ist so ein großer Teil an Leuten, die halt zu Hause sitzen und halt trotzdem auch keinen Bock mehr haben. Aber auch die musst du erreichen. Ja, natürlich. Die erreichst du dann halt. Ich meinte nur, dass du die eher überzeugen würdest mit dem, wie du sagst, dass du mit geschichtlichen Fakten kommst und das aufzeigst. Diese Leute holst du halt meiner Meinung nach ab. Aber diese anderen, die halt eh einfach nur Wut haben, da kommst du wahrscheinlich nicht weit. Da verstehe ich schon, warum du dann frustriert bist. Sehr schnell, ja. Ja. Vielleicht müsst ihr einfach an wahllose Türen klopfen und klingeln, so wie das in Amerika tatsächlich der Fall ist. Da wird jede einzelne Haustür abgeklappert im Wahlkampf. Nee, ja, ich meine jetzt nicht unbedingt Wahlkampf für euch, sondern um gezielt Leuten irgendwie nicht von der Partei zu überzeugen, sondern wenn du halt Leute erreichen willst gegen die AfD. Ah, ja. Sozusagen Aufklärungsarbeit. Das wäre spannend. Vielleicht nicht per se Aufklärungsarbeit gegen die AfD. Das klingt einfach zu offensiv, aber halt aufklären. Guck mal, was ist hier in der Geschichte passiert. Man kann das ja allgemein passen gegen Rechtspopulismus, gegen falsche Fakten. Das ist die Wahrheit, das ist nicht die Wahrheit. Das wird immer gedacht und rumgegrüllt. Aber das sind die Zahlen. Damit könnte man argumentieren. Aber selbst das, ich habe es doch versucht. Selbst wenn ich dann Zahlen bringen kann und Belege bringen kann. Ja, die Zahlen lügen und ich hole meine Quellen von RT Deutsch und die sagen die Wahrheit und dann kämpfst du gegen Windmühlen. Also ich glaube einfach, vielleicht kann man auch zu anderen sagen, also Populisten irgendwie bekämpfen, da muss es ja eine Formel für geben. Also erfolgreiche Länder, die das irgendwie gemacht haben. Das sind eben Menschen und ganz Europa ist doch rechts regiert. Ja, aber es muss doch Fälle geben irgendwie. War das nicht in Rumänien oder sowas? Egal, auf jeden Fall finde ich, dass es wichtig ist, irgendwie geeint dazustehen, was ich nicht das Gefühl habe. Jeder, wie gesagt, das ist nur mein Gefühl so, aber das in Thüringen in der Landtagswahl verdeutlicht ist für mich so ein bisschen. Dass einfach alle geschlossen sein müssen und nicht jeder für sich sagt, ich finde die AfD doof. Weißt du, was ich meine? Aber das gibt es doch auch schon. Und die AfD doof finden, das ist halt auch kein Argument, was den Leuten ankommt, sondern, das habe ich auch gesagt, dass man Alternativen aufzeigt und erklärt, warum diese besser sind. Ja. Und das ist vielleicht der effektivere Weg, als zu sagen, hey, du AfD-Wähler, du bist ja übelst dumm, was du dir da einfallen lässt, solche Nazis zu wählen. Weil so sieht er das nicht, so holst du dich nicht ab, weil er da nicht steht, wo du stehst. Und deswegen, es ist tricky. Aber ich sage nochmal deutlich, nicht, dass das so rüberkam. Ich finde das jetzt auch nicht geil, wenn man die AfD feiert, wenn die AfD irgendwelche Entscheidungen trifft. Das mag ich auch nicht so, weil das einfach nicht mein Weltbild ist. Irgendwie abgrenzen und so. Ist ja genau das Gleiche wie in Amerika, wo ich jetzt auch seit Monaten drüber rede. Abgrenzen und von Hass und von Ungleichheit sprechen und die ganze Zeit nur irgendwie wütend sein. Ja, das ist alles nicht meine Welt. Wir könnten dann vielleicht noch drei Stunden verbringen wahrscheinlich mit dem Thema. Aber, liebe Leute, ich hoffe, dass ihr was mitnehmen konntet aus unserer Diskussion hier über die Landtagswahl in Thüringen. Und schreibt gerne mal eure Meinung in die Kommentare auf YouTube. Sehr gerne. Oder schickt uns einen Leserbrief. Sehr, sehr gerne. Tut mir leid, dass das jetzt so ausufernd war für Leute, die das vielleicht gar nicht so sehr interessiert. Aber es ist tatsächlich gerade in Deutschland so das große Thema, würde ich sagen, oder? Da der Coronavirus jetzt von den Medien nicht mehr so präsent ist. Der ist weg. Weg, obwohl der halt jetzt innerhalb von China sehr groß ist und auch auf so einem japanischen, wie sagt man, Dampfer? Nee, so eine Yacht. So ein Luftflussdampfer. Ja, so ein, wie sagt man, da gibt es noch ein anderes Wort für. Egal, so ein Boot halt. Kreuzfahrtschiff. Ja, genau, so ein Kreuzfahrtschiff. So ein Boot, so ein großes Boot. Und die müssen da jetzt verharren bis... Nee, die sind irgendwie auf dem Schiff jetzt 68 Fälle oder so. Und die sind halt abgeriegelt. Da habe ich nur irgendwas gelesen, interessiert mich nicht. Nicht wirklich. So, Leute, jetzt kommen wir aber mal zu anderen Themen. Ich weiß, es war groß, im stillen Kämmerlein oder was auch immer wir da noch für einen kreativen Titel draus zaubern. Eine kleine Sache noch zwischendurch, weil wir es gerade so politisch hatten. In Brüssel wurde jetzt die Flagge vom United Kingdom abgehangen. Oh ja. Es ist ein GIF viral gegangen. Und das ist schon sehr traurig. Es gab sehr viele lustige GIFs und Bilder, wie die Briten gefeiert haben und so gewunken haben. Na, 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 na. Na, 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 na. Und wie sich die rechten Parteien in den Armen lagen. Oh, die haben es geschafft. Wir schaffen es auch bald in unserem Land. Und ja, die Briten sind jetzt raus aus dem Parlament und aus der EU. Schade. Apropos starke Rechte. Frauen. Amber Heard hat, äh, Johnny, wie heißt er, Johnny Depp verprügelt. Bart. Ja, also was heißt verprügelt, ne? Aber wie das so ist. Gauen. Frauen können auch Männer abusen, aber meistens ist das irgendwie medial nicht so relevant. Jetzt gab es aber diese Woche das große Hashtag Justice for Johnny Depp. Denn ein Video ist viral gegangen, eine Audioaufzeichnung zusammen mit so kleinen Bildchen, wie sie quasi also seine Frau oder seine Ex-Frau, ich weiß es gerade gar nicht, wie sie quasi gesteht oder sagt, ja, na, hab ich dich halt geschlagen und so. Und deswegen, das ist sehr rumgeschickt worden und hat ein bisschen Awareness geschafft, dass es auch Frauen gibt, die Männer schlagen. Wer hätte es gedacht? So quasi ja viele. Also ich war auch überrascht, als ich so jugendlich war, hab ich auch in unserem Dorf. Jeden Abend eine draufgekriegt, ich war so überrascht. Nee, das nicht, aber ich kannte halt schon so Pärchen, so Paare so Ende 20, Anfang 30. Wo die Frau öfter mal ihr Mann so ein bisschen zu gehauen hat, auch mal eine Ohrfeige gegeben hat oder so und geboxt hat und so. Das war immer alles, ach wie süß, ach die, was ich neck, das liebt sich und so. Aber wenn ein Mann mal ausholt, dann ist aber Polen offen. Und wann gab es das nicht, zur Zeit, als die Frau unterdrückt wurde? Da gab es sowas einfach nicht. Nur einseitig? Nee, gar nicht. Ach so. Die Frau hat dann nicht den Mann geschlagen. Ach so, stimmt. Das gab es da einfach nicht. Wenigstens eins von beiden gab es da nicht. Ja, eben. Entweder wir haben beides ein bisschen oder wir entscheiden uns für eine Seite. Also liebe Leute. Also ich als Mann weiß, wofür ich bin. Also ich finde, es darf niemand geschlagen werden. Ah, okay. Kontroverse Meinung. Ist meine persönliche Meinung. Weder Männer noch Frauen, auch keine Kinder. Naja. Vielleicht Leute, die Hakenkreuze tragen, weiß ich nicht. Da sind wir wieder direkt bei der Scheiße. Aber sonst, finde ich, Gewalt ist prinzipiell etwas, was man nicht machen sollte. Ja. Und Frauen haben schon zu kämpfen gegen Männer. Warst du da irgendwie überhaupt drin in diesem ganzen Thema? Amber Heard und Johnny Depp? Gar nicht. Noch nie gehört, nee. Noch nie gehört. Johnny Depp ist so ein Schauspieler. Der hat manchmal auch so ein leicht stereotypisches Schwulgehabe in seinen Rollen. Ach, der ist das? Sind da Schwule von Offended oder ist das okay? Gute Frage. Ich glaube nicht. Also ich glaube, er bricht eher so diese Männerrollen, die es auch in Hollywood gibt. Ja. Dass man eben nicht so total männlich und stark sein muss als Mann. Man kann eben auch zärtlich sein und so ein bisschen ausufern mit seinen Extremitäten, während man spricht. Ihr könnt es gerade nicht sehen, aber so ein bisschen so. Ich ufere auch gerne mit meinen Extremitäten aus, aber in Frauen rein. Uh. Mit der einen Extremität, die ich habe. Naja. Ich hatte übrigens einen Traum letzte Nacht, dass wir einen Podcast-Tausch gemacht haben mit Lester-Schwestern. Als ich hier mit David saß und du mit Rob Blase und wir haben dann quasi getauscht für eine Ausgabe. Das war sehr witzig. Mhm. Interessant, interessant. Aber irgendwie mochte mich David nicht in dem Traum. Keine Ahnung. Wobei ich, also das Ding ist, ich glaube, du bist eher an Robin Blase dran und ich eher an David. Aber es ist es ja gerade, also erstens kenne ich Rob Blase null. Na, der ist halt genauso politisch korrekt wie du. Der gendert halt auch. Und darum ist ja spannend, das mal umzudrehen. Also du kennst ja David Hein sehr gut, ja. Ich habe David auch durch dich kennengelernt, aber jetzt auch nicht so gut. Es wäre schon spannend, wenn ich mit David hier saße und du mit Rob Blase sitzen würdest und mal so gucken, was da passiert. Also ich fand es spannend in dem Traum. Ja, auf jeden Fall das einzige Problem ist, dass David da gerade so ein bisschen Detox macht. Der ist gerade kein aktiver Teil bei Lester Schwestern und überhaupt im Internet. Da braucht man so ein bisschen Ruhe. Was machen denn die Lester Schwestern da jetzt? Die haben jetzt immer Gäste. Ich habe jetzt nicht so viel reingehört, weil David nicht dabei war. Aber die hatten Space Frogs einmal zu Gast und einmal... Aber nur der Blase. Ja, also ja, er. Oh Gott. Genau, da wurde jetzt alleine geblasen quasi. Das machen wir aber nicht, Robin. Ich will nicht, dass wir dauerhaft getrennt Podcasts machen. Was ich noch sagen wollte, Amber Hurt und so. Der Punkt war, dass jetzt irgendwie seit zwei oder drei Jahren im Raum stand, dass sie gehörtet wurde, aber so wie gehört, nicht wie verletzt. Ach so, schade. Amber Hurt. Egal, auf jeden Fall stand zwei bis drei Jahre im Raum. Die Anklage gegen Johnny Depp, dass er der wäre, der abusive ist. Und das ist ja der Punkt, dass die Frau sagt, ey, hier, der schlägt mich. Dabei ist sie diejenige, ja, sie ist fleißig am Projecten. Und im Endeffekt kommt halt raus, ey, der hat gar nichts gemacht, sondern sie ist die ganze Zeit diejenige. Die jenige, diejenige welche, die ausschlägt, finde ich nicht in Ordnung. Und ich finde, drei Jahre sind auf jeden Fall gerechtfertigt. Das ist halt dieses Ding, was da mit angeklagt wird. Was macht sie? Wenn erst mal gegen den Mann so eine Anklage ist, glaubt man in der Regel vielleicht eher der Frau. Eventuell. Tino? Das sehen viele Frauen anders. Also viele Frauen. Ist mir klar, dass die Frauen das wiederum anders sehen. Die sagen sogar oftmals, dass den Frauen nicht geglaubt wird. Okay. Bei gewalttätiger Beziehung kann ich mir nicht vorstellen. Ach so, nee, also nicht, weil es gerade beim Thema Vergewaltigung eigentlich viel mehr steht. Nee, aber also ohne Spaß. Da bin ich schon ziemlich überzeugt von. Ja, wenn es um Gewalt geht. Wenn man hört, in dieser Beziehung schlägt eine Person die andere, da denkt man vermutlich eher erst mal an den Mann. Ja, doch. Ich denke auch. Und das ist nicht okay, Tino. Ich bin hier der Gleichberechtigungsbeauftragte. Ja, ich sag dir, wie es ist. Missbrauch fängt nicht beim Gendern an, sondern beim Schlag in die Schnauze. Missbrauch fängt nicht umsonst mit Miss an, ja. Stimmt. Und nicht Mr. Brauch. Stimmt. Wir sind an einer heißen Sache auf der Spur, glaube ich. So wie auch ein Gutachten über Artikel 17, ehemals 13, hast du das mitbekommen? Von Axel Fotz. Ja. Ich habe auch gesagt, Mitch McConnell aus Amerika ist Axel Fotz im Endstadium. Die sehen sich nämlich sehr ähnlich und sind sich politisch auch relativ ähnlich. Nein, es gab ein Gutachten, das hat gesagt, Artikel 13, beziehungsweise Artikel 17 jetzt neu benannt, der verstößt gegen das Grundgesetz. Also wird nicht durchkommen. In Deutschland zumindest. Wird vermutlich nicht durchkommen. Ich frage mich, was da jetzt alles schlackert beim Axel Fotz, ob es beim Hoden anfängt oder beim Gesicht aufhört. Auf jeden Fall sollte der jetzt vielleicht ein bisschen traurig sein. Ich sehe nur vor mir, wie er so die beiden Daumen nach oben gehalten hat, so als er die Wahl gewonnen hatte. Ja, und jetzt sinken die Daumen so ganz langsam nach unten. Ja, mal schauen, was da jetzt noch draus kommt. Das war doch klar, dass es nicht durchgesetzt wird, dass sie irgendwie ein Schlupfloch finden. Finde ich sehr gut. Wobei ja von Upload-Filtern eh nicht die Rede war am Ende. Denn es hieß dann ja immer von allen Seiten, wir wollen keinen Upload-Filter. Ja, aber es war ja klar, dass es nicht umsetzbar ist ohne Upload-Filter. Und was noch gar nicht im Gespräch war, war Geoblocking, dass es einfach von Land zu Land unterschiedlich ist. Und selbst das ist nicht wirklich konform. Ich bin optimistisch und sage, es wird nicht passieren, überhaupt irgendwo, so Upload-Filter. Finde ich gut. Ich will weiter meine Urheberrechtsverletzung begehen. Es ist ja auch, ich habe ja dieses Video vor über einem Jahr gemacht, wo ich so dance zu geiler Musik und unten drunter läuft so Text. Und es ist halt einfach, dass kein Schaden entsteht der Person, wenn ich dieses Lied verwende. Im besten Fall ist es ein Lied, was die Leute noch nicht kennen. Und dann gucken sie sich den Künstler an, laden sich das Lied bei iTunes oder was auch immer. In dem Fall war der Künstler schon tot. Das ist ein bisschen schade. Aber an sich ist es ja einfach nur kostenlose Werbung. Tot. Ach so. George Duke, der ist 2014 schon gestorben und ich habe sein Lied verwendet. Ja, nix mehr davon. Das habe ich gar nicht gewusst. Ich habe so gesagt, in dem Text schreibe ich halt so, ja, George Duke profitiert wahrscheinlich gerade davon. Nee. Sorry. Aktuell nicht vielleicht. Ja, aber vielleicht seine Familie, weißt du? Ja. So, vielleicht kriegen die ja noch irgendwie Anteile. Es ist echt so ein Streitpunkt. Also, aus meiner Perspektive ist es einfach nur fucking kostenlose Werbung. Naja, also. Es muss ja irgendwie verarbeitet sein. Wenn du einfach das Video nimmst und eins zu eins hochlädst, dann nicht. Außer, man ist so cool wie noch SerafoTV, sagt Creative Commons Lizenz, mach das, verlinkt uns als Original Uploader. Dann ist es auch einfach kostenlose Werbung. Weil es ist ja nur ein Video. Und wenn die Leute sehen, ach, das ist von denen, dann gucke ich mal, ob die noch mehr so geilen Scheiß haben. So. Ja, ich weiß auch nicht. Also, aktuell macht es schon mehr Sinn. Aufgrund der Streaming-Geschichten, da ja Musik eh keine Gewinne mehr abwirft an sich. Dass Musiker ja viel mehr durch Konzerte und Merchandising Geld generieren, macht das schon Sinn. Aber diese Diskussion gab es zu Recht, weil man will ja auch die Kunst irgendwie gerechtfertigen oder worshipen. Ja, kann man ja trotzdem ehren. Oder was meinst du jetzt, in welche Richtung? Appreciaten, wertschätzen. Genau, wertschätzen, richtig. Ja, ich war in Australien ein Jahr und ich habe vergessen, Deutsch zu sprechen. Es ist ja schon so, wie man geht ja auch nicht zu Bugfactory und sagt, darf ich die Brezel so mitnehmen? Ich halte ja auch die Tüte für euch hoch und mache ja Werbung für euch. Man will ja trotzdem irgendwie, dass die auch Geld verdienen. Dass man selber Geld verdient. Ja, aber die Tüte ist ja an sich schon enthalten. Wenn man zusätzlich etwas machen würde, wenn man als Brezel sich irgendwo hinstellen würde und sagen würde, Backfactory hier, dann könnte man schon anfragen, ob das möglich ist, dafür eine gratis Brezel zu bekommen. Machen die aber nicht. Können sie ja, also ja. Aber weißt du, was ich meine? Ist ja nochmal was anderes. Die Tüte ist ja eh im Backfactory-Service schon enthalten. Ja sicher, das ist ja auch wieder Werbung. Nein, ich sage nur, ich halte eure Tüte auch hoch, ich mache ja Werbung für euch, deswegen muss ich dafür nicht zahlen für die Brezel. Also ich glaube, wenn ich zu Backfactory gehe und sage, ey, ich stelle mich jetzt eine halbe Stunde als Backfactory-Bretzel verkleidet auf den Theaterplatz und sage, ey, geht alle zu Backfactory, kriege ich dafür eine gratis Brezel. Ich glaube, das würden die machen. Natürlich die Person, die das entscheiden kann, nicht einfach irgendein Verkäufer. Ein treffender Vergleich vielleicht, ja. Ja, okay, kann man machen. Es ist wahrscheinlich auch nicht der perfekte Vergleich, aber natürlich kann man darüber diskutieren. Trotzdem, ich finde, das Internet sollte so funktionieren. Gerade wenn es auch darum geht, Parodien zu machen, ja. Wenn du einfach das Werk nimmst und es veränderst, etwas Eigenes dazugibst. Ja, das ist auch Kunst dann, letztendlich. Mir geht es nicht darum, irgendeinen Film zu rippen und den bei YouTube hochzuladen. Das ist klar, dass das nicht gut ist. Außer es ist Creative Commons Lizenz. Aber es zu verarbeiten, ja, ja, schon. Es kann halt nur sein, dass dann die Leute, wenn du jetzt zum Beispiel nur einen Playback-Auftritt machst zu diesem Song, dass die Leute dieses YouTube-Video in ihre Playlist packen und dann dein Video quasi immer laufen lassen und die Klicks verloren gehen. Bei Songs geht es ja einfach auch darum, den Künstler kennenzulernen, oder? So ein bisschen. Ja, und um dann seine Musik zu kaufen. Zum Beispiel. Und zu hören. Und das geht ja bei mir nicht. Ja, nee, ich bin ja auch... Bei mir kann man nur dieses eine Lied von diesem einen Künstler hören mit diesem einen Video, was ich gemacht habe. Nicht alle anderen. Ja, ich bin ja an sich auch eingestellt, als ich sage, Kunst sollte irgendwie frei sein. Und es ist doch cool, dass man es verbreitet. Aber ich verstehe auch die Musikindustrie, wenn ihr sagt, ich finde es nicht geil, wenn man unseren Song überall hört und keiner mehr auf unsere Videos klickt oder auf unsere Streams klickt oder unsere Singles kauft. Ja. Kann ich verstehen. Okay. Tino, wir müssen jetzt hier wirklich mehr über lustige Kindervergewaltigung reden. Wir sind viel zu ernst heute. Ja, es gab einen kleinen Skandal, und zwar, der mich auch früher hätte betreffen können. Und zwar gab es auf Festivals, wie dem Fusion-Festival in Deutschland... Fusion. Fusion. Gab es in den Duschen Spanner-Videokameras, und die haben diese Aufnahmen dann auf X-Hamster hochgeladen. Und das war halt in den Medien so ein bisschen... Aber irgendwelche Randys, die das da angebracht haben, oder tatsächlich die Veranstalter? Nee, die irgendwelche perversen Leute haben, haben Kameras in den Taschen versteckt, und dann in den Duschen versteckt, und dann haben die diese nackten Frauen da hochgeladen auf X-Hamster. Klingt auf jeden Fall sehr skandalös, aber ich muss mich davon überzeugen, dass es wirklich... Wo war das jetzt? Auf X-Hamster.com, Schrägstrich. Keine Ahnung, ich habe es nicht gesehen. Wie heißen die Videos? Ich muss es nur irgendwie überprüfen. Die sind angeblich gelöscht worden, aber such mal nach Spy und Concert und dann wirst du schon sowas finden. Nee, sowas finde ich super wack, Alter. Also, was hast du denn davon? Ich verstehe es auch nicht. Also, da passiert ja nichts. Okay, cool, da duscht halt eine Person, aber das ist ja... Ja, cool. Das ist ja wohl Jurismus. Warum gucken... Ja, okay, gut, dann habe ich das vielleicht einfach nicht, aber an sich, da geht ja nichts in diesem Video. Warum mögen Menschen Big Brother und Dschungelcamp? Ja, die gucken einfach Leuten gerne zu, wenn sie sich unbeobachtet fühlen. Ja, okay. Also, nackte Frauen und nackte Männer, ich glaube, das auch auf beiden Seiten war. Ich nicht so. Keine Ahnung. Das ist halt auch für mich in Stripclub gehen zum Beispiel. Das ist so eine dumme Scheiße. Ja, finde ich auch nicht. Da geht gar nichts einfach. Das finde ich auch nicht erotisch irgendwie, diese Stangentänze. Also, wenn ich eine Person heiß finde, weil ich irgendwie in sie verliebt bin oder ich bin in einer Beziehung und sie tanzt für mich und zieht sich aus, kann ich es schon eher verstehen. Ja, aber dann geht ja vermutlich danach noch mehr. Richtig. Richtig, aber so eine fremde Frau, der du irgendwie einen Dollarschein in den BH steckst oder in die Kimme steckst, die dich dafür einmal anleckt, dann hast du ja auch nichts davon. Dollarschein. Oder viele Leute finden das schon geil, dass sie aufgegeilt werden, dass sie berührt werden von einer Frau und dann, dass sie ihren Arsch auf ihren Schoß setzen und dann gehen die mit diesem Gefühl nach Hause und dann essen die Abendbrot. Ja, und sind geblubohlt. Richtig. Naja, apropos Blue Ball. Liebe Leute, wenn ihr auf Festivalduschen seid, haltet Ausschau nach Kameras. Und winkt mal nicht rein, damit ich beim Masturbieren was zu lange habe. Richtig, richtig. Oh Mann, also, wir müssen zum Blue Ball in Amerika kommen. Ja, das nächste große Ding. Denn da ist eigentlich diese Woche noch mehr Shit passiert als hier in Thüringen. Naja. Mehrere Sachen. Es war natürlich die erste Wahl, auf die ich lange, lange gefiebert habe, der Iowa-Korkus. Wir haben jetzt gar nicht mehr so viel Zeit, ich fasse es ganz kurz zusammen. Es ist so lächerlich. Ich habe es im Stream ausführlich erklärt, wie dieser Korkus abgeht. Es ist keine normale Wahl, wo du einen Zettel in eine Urne legst oder sowas. Nein, da sind Leute im ganzen Staat, in Iowa, gibt es auch in anderen Staaten, die verteilen sich im Raum. Die machen das in irgendwelchen Turnhallen von Schulen und dann ist jeder Politiker quasi in abgesteckter Bereich und da müssen die sich hinstellen, um sich zu diesem Politiker zu bekennen. Dann ist die erste Durchzählung und alle fliegen raus, die nicht mindestens 15% haben, ist so in den meisten Staaten 15%, die sind dann als not viable, also nicht machbar sozusagen eingestuft und dann müssen die, die sich dann quasi wieder ohne Politiker sehen, müssen sich den anderen zuordnen oder gehen. Dann kommt aber eine Ebene dazu, dass du untereinander die Leute belatschern kannst und zu sagen, komm doch zu uns, aber nicht nur mit Worten, nein, du kannst auch einen Wein mitbringen, wie ein Gameshow. Das ist absolut absurd, du kannst dann, ich habe auch Videos gesehen, wo dann eine so eine Weinflasche fallen lassen hat, dann hat die ganze Turnhalle geschwommen und du kannst die Leute halt wirklich sagen, komm her, wir haben Wein, komm zu uns, also das klingt sehr undemokratisch. Das ist ja auch hier verboten in Deutschland. Es ist totaler Quatsch, das ist ja dann auch offene Wahl, also jeder sieht ja, für was du bist, so. Das finde ich jetzt per se erstmal nicht so schlimm, ich finde auch nicht schlimm, dass die untereinander reden, aber so dieses, sich einkaufen ist ja richtig komisch. Alle Bürgerinnen und Bürger oder ist das? Alle, die registriert sind zur Wahl, du musst dich jedes Mal frisch registrieren, damit du da mitmachen darfst sozusagen. Das ist doch ein heilen Aufwand. Ja, auf jeden Fall, jeder der 18 ist, das ist aber in den ganzen Staaten so, dass du dich registrieren musst. Und du musst dich auch vorher registrieren, ob du Republikaner bist, Demokrat, das ist alles total absurd. Wollte ich gerade sagen, weil nicht, dass dann über den ersten 100 Wahlgängen irgendwie nur Republikaner in dem Raum sind und dann immer. Nee, das ist ja unterschiedlich. Trump wurde ja in Iowa auch gewählt mit 97 Prozent, so. Das ist parallel dazu abgelaufen. Aber die Demokratenwahl war auch, und jetzt müssen wir dann wirklich langsam ein bisschen anziehen. Da kannst du aber auch das manipulieren und sagen, du bist gar kein Demokrat, sondern so. Genau das. Genau das. So ein Scheiß. Du kannst dich einfach anmelden als die jeweils andere Person, weil zum Beispiel klar ist, dass Trump gewählt wird von den Republikanern, brauchst du deine Stimme nicht. Gehst du dann zu den Demokraten und wählst irgendjemanden, der total dumm ist oder was auch immer. So, aber das war ja nicht der eigentliche Skandal, es gab nämlich auch da einen Skandal. Die Wahlergebnisse waren einfach nicht da. So, ich habe auch extra länger gestreamt und zu sagen, oh, nachts um zwei sind die Wahlergebnisse da. Nein, nachts um zwei hat es gerade erst angefangen. Die Wahlergebnisse sind bis heute zum Zeitpunkt der Aufnahme nur zu 99 Prozent da. Es ist immer noch nicht ganz fertig und es ist eine Woche her fast. Weil so ein paar ausgezählt worden sind. Genau. Sie haben das erste Mal, und hier fängt der Skandal erst richtig an, eine App verwendet. Also digital, die reden die ganze Zeit davon, dass diese Wahl gehackt werden kann und verwenden dann digitale Möglichkeiten. Finde ich schwierig. Die App wiederum wurde aber mitfinanziert von Pete Buttigieg, der Zweiter geworden ist, gerade so. Und das Problem ist auch, es gab erst keine Wahlergebnisse, aber Pete hat gesagt, ich habe gewonnen. So, hat sich irgendwie, hat sich hingestellt und gesagt, ich habe gewonnen, weil es am Anfang ein bisschen so aussah. Und je mehr veröffentlicht wurde, desto mehr wurde veröffentlicht von Bernie Sanders. Und je mehr rauskam, desto mehr Stimmen hatte Bernie Sanders auf einmal im Verhältnis. Aktuell 99 Prozent, es geht ja dann um Delegate, hat Pete immer noch zwei mehr, also 530 zu 528 oder so. Aber den Popular Vote hat Bernie Sanders mit über 6000 Stimmen vor ihm gewonnen. Ist halt wieder so mit Bezirken und so. Ja, es ist Quatsch. Eigentlich finde ich, der Popular Vote, also Anzahl der Stimmen, sollte entscheiden, wer gewonnen hat und nicht die Delegate. Ist aber auch egal. Auf jeden Fall hat drei Tage vorher Pete gesagt, ey, ich bin ja Gewinner, weil er halt zu dem Zeitpunkt mehr Delegate hatte. Was er natürlich gerade so immer noch hat. Aber je mehr rauskam, desto mehr war klar, okay, Bernie Sanders hat eigentlich viel mehr Stimmen bekommen. Das ist alles ein bisschen seltsam. Aber wenn man da nicht in Verschwörungstheorie reingeht, ist es mindestens so, dass da halt irgendwelche freiwilligen Wahlhelfer waren, die eigentlich halt Boomer sind, keine Ahnung, von Technik haben und an dieser App verzweifelt sind. Aber selbst das ist schon dumm genug. Die Army ist ja vielleicht das dümmste Wahlsystem der Welt, muss man so sagen. Und dass halt auch jeder Staat nicht am gleichen Tag macht, dass jeder Staat ein anderes Wahlsystem hat. Das ist alles absurd. Aber das verfälscht alles ein bisschen. Nebenher ging es ja noch weiter. Der Senat hat endlich abgestimmt, ist Trump schuldig oder nicht. Natürlich, wer hätte es gedacht. Er wurde acquitted, er wurde quasi nicht freigesprochen, sondern... Doch, in allen Punkten freigesprochen. Ja, schon freigesprochen, aber es ist ja... Dadurch, dass er impeached ist, heißt es, er hat diese Sachen getan. Aber der Senat sagt sozusagen, es ist okay, schelte, aber du darfst weitermachen. So, aber es gab eine Person mit Romney, der damals gegen Obama angetreten ist, der tatsächlich aus der republikanischen Masse ausgebrochen ist, sich den Demokraten angeschlossen hat und gesagt hat, hey, ich finde auch, dass Trump sein Amt missbraucht hat. Das ist auf jeden Fall eine Sache, die ich finde, sollte man wirklich hervorheben. Finde ich eine gute Sache, so kann man auch nicht sagen, dass das nur parteienmäßig, also, weißt du, dass das an den Party-Lines lang entschieden wurde. Wenn du mich fragst, hätte man dieses Impeachment-Verfahren aufheben sollen, bis zur Wiederwahl von Trump, um ihn dann rauszukicken, weil dann wäre der Senat vielleicht... Haben viele gesagt, der Druck von anderen Demokraten war zu hoch, deswegen hat Nancy Pelosi das dann halt rübergesendet zum Senat. Gab es nicht sogar dieses Szenario, dass Trump der einen Frau die hat nicht gegeben hat? Genau, das ist das Nächste. Es gab dann den State of the Union, das ist so eine Ansprache, früher war es eher nur so ein Zettel, jetzt seit neuestem ist es halt immer eine Ansprache, die der Präsident hält, um zu sagen, wie es halt so aussieht, Vereinigten Staaten, was läuft gut, was läuft nicht so gut. Im Endeffekt war es eine Trump-Rallye, weil er hat eine Stunde lang nur erzählt oder anderthalb, wie geil alles ist, was alles super ist. Realtime-Fact-Checker haben halt gesagt, okay, das stimmt nicht, das stimmt nicht, das stimmt nicht, was du da sagst. So, und bevor dieses State of the Union angefangen hat, hat Nancy Pelosi halt, die Sprecherin des Hauses, ihm angeboten, die Hand zu schütteln, obwohl sie krasse Meinungsverschiedenheiten haben. Da hat er sie ignoriert, hat abgelehnt sozusagen. Und am Ende dieser Rede hat Nancy Pelosi dann ihre Kopie der Rede, die Trump gehalten hat, zerrissen. So, das war ein ziemlich guter Power-Move, weil im Endeffekt haben alle nur darüber geredet und nicht über das, was Trump erzählt hat. Und ist auch sehr viral gegangen, hat einige Meme-Templates mit sich gebracht. Weißt du, du liest irgendwas, siehst ihr Gesicht und sie zerreißt es. Das bietet sich an. Auch Bernie Sanders wird gerade sehr viel gememt, was ich gut finde. Da gab es dieses große, I am once again asking for your financial support. Das ist ganz witzig, so EA alle zwei Minuten zum Beispiel. Der Spot war auch sehr schön, mit den White Tribes, genau. Ja, sehr gut. Ja, also es ist viel passiert. State of the Union, danach gab es auch noch einen, Mann, was war denn das? Also es war einfach so eine Art Pressekonferenz, aber nicht wirklich ohne Presse. Eigentlich nur vor irgendwelchen... Eine Konferenz. Ja, aber vor Politikern. Ich weiß nicht, wie die jetzt ausgewählt waren. Ich glaube, nur vor den Republikanern war es. Nachdem er quasi freigesprochen wurde vom Senat. Freigesprochen ist nicht das richtige Wort. Und da hat er halt wirklich eine Stunde auch nur total wird, du musst es mal anhören. Und er sagt, wie ich gerade, er bringt keinen Satz zu Ende, sondern fängt immer wieder einen neuen Nebensatz an. Und es ist so verwirrend, wie er da hin und hin und alle klatschen, alle klatschen. Es ist wirklich ganz seltsam. So, jetzt haben wir schon nur noch sechs Minuten Zeit. Achso, nee, warte mal, wir haben... Ja, doch, sechs Minuten Zeit. Kommt hin. Ich möchte zumindest noch ansprechen, damit wir hier vielleicht auf einer positiven Note auch beenden können, dass das FBI diese Woche Neonazis und White Supremacists auf dieselbe Stufe wie zum Beispiel ISIS-Kämpfer gestellt hat. Ach, toll. Das ist toll. Viele sagen jetzt auch, die müssen eigentlich noch höher sein, weil die quasi eine akute Gefahr sind und ISIS jetzt nicht wirklich... Die sind ja nicht aktuell gerade, ne? Die sind so ein bisschen abgeschlagen. Ja, vor allem kommen die halt in Amerika einfach nicht vor, sozusagen. Also klar gibt es hier und da mal vielleicht irgendwie einen, der durchdreht, aber im Grunde gibt es das nicht. Und sie sagen halt auch, unter der Fahne von Trump die letzten Jahre ist die Gewalttat an Rechten einfach... Also von Rechten. Von Rechten, ja, sorry. Die Gewalttäter von Rechten an Rechten, ach, weißt du schon, wie ich es meine, Mann. Ich habe ja zu viel geredet. So, ist gestiegen. Sehr stark sogar. Und da finde ich das gut, dass man das zumindest mal auf eine Stufe hebt. Noch ein Fun-Fact ist, dass es ja der Superbowl stattfand. Ja, Alter, das war ja auch noch. Richtig, und Trump hat dem falschen Bundesstaat gratuliert. Trump hat dem falschen Bundesstaat gratuliert, hat es dann gelöscht, es ist nie passiert. Außerdem wurde er heimlich gefilmt, wie er... Während der Eröffnung ist ja immer die Nationalhymne. Und er hat wie so ein Fünfjähriger so Dirigent gespielt, hat irgendwie rumgezeigt, konnte nicht still sitzen. Das ist auch witzig irgendwie. Ist witzig, aber kurz vorher hat er noch gesagt, dass das einfach das Höchste ist, was wir haben. So, die Nationalhymne, die ist ganz was Wichtiges, da werden wir ruhig stehen. Eigentlich hätte er nach seiner Aussage dastehen müssen mit Hand auf dem Herz und einfach genießen sozusagen. Das ist auch wieder der typische Trump-Move, das sagen und das andere tun. So. Aber prinzipiell finde ich ihn schon manchmal sehr witzig und unterhaltsam. Wenn wir einen klugen Trump hätten, ein bisschen locker und... Wenn wir einen klugen Trump hätten, wäre es richtig gefährlich. Wie Gysi. Der spricht auch sehr einfach, sehr leicht verständlich, zeigt auch Humor, aber er ist eben schlau. Das bräuchten die Amis auch. Ja, aber schlau heißt nicht gleich, dass er linke Meinungen hat, Tino. Also Trump könnte es auch einen schlau geben und dann ist er sehr gefährlich aus meiner Meinung. Das lass ich mal so stehen. Ich glaube, dass echt schlaue Menschen nicht rechts sind. Aber das ist nur meine Meinung. Oder wer ist denn so schlau und sagt, oh, ein Neger muss automatisch dumm sein oder ist weniger wert? Ja, okay, so vielleicht nicht. Das sagt kein Mensch, der klug ist. Also kein nicht rechtsextrem, sagen wir mal. Jemand, der sehr klug ist, wird wahrscheinlich nicht rechtsextrem sein. Aber rechte Meinung schon. Da gibt es auch diesen Professor, wie heißt denn der Mann? Der ist auch auf YouTube ganz groß. Es gibt genug Professoren in der AfD. Ja, aber der ist auch auf YouTube sehr groß, deswegen egal. Eine Sache noch, weil du Superbowl angesprochen hast, ist auch die Halftime-Show sehr viral gegangen mit Shakira und die andere. Jenny on the Block, Jennifer, J-Lo, wie heißt sie? Lopez, genau. Da kenne ich mich aus. Shakira hat irgendwie im Song, sie hat die ganze Zeit Playback performt, aber irgendwie mittendrin ist ab und zu das Mikrofon an. Da hat sie so in die Kamera gemacht. Und diese zwei Sekunden sind so viral gegangen. Da kannst du mal sehen, wie wichtig dieser scheiß Superbowl ist, dass das eine Sensation ist. Das reicht schon, ne? Also früher gab es doch dieses Nippel-Gate, oder? Wo Justin Timberlake der einen Frau da den Busen freigemacht hat. Vor allem war da ja auch noch was drauf. Der Nippel war ja nicht zu sehen, soweit ich weiß. Und jetzt reicht schon ein... Ja. Dass du ein Star wirst. Ja. So. Ich gebe dir eine Woche eine Acht. Ja? Gehst du da mit? Oder wirst du sogar höher? Weil... Ich würde es echt fast mit einem Neuen sagen. Nein, Neuen nicht. Neuen nicht, Alter. Nicht, weil es so relevant war. Aber weil es erst dann sehr viel war. Ja, also die demokratischen Abstimmungen gab es. Trump wurde halt nicht impeached. Wurde ja doch... Ja. Also ich habe den Wort laut gehört und gelesen, freigesprochen in allen Punkten. Er wurde impeached. Aber er wurde nicht aus dem Amt geworfen. Ja. Genau, richtig. Von mir aus so. Ja. Und die MP-Wahl. Es ist an sich alles jetzt nicht so schlimm eigentlich. Aber es war ja ein riesiges Thema. Für deine Kopfschmerzen sage ich, wir gehen auf 8,5. Machen wir 8,5 gerne. Da kommen wir uns gerne entgegen. Ich kann auch noch ein paar kleine Sachen jetzt sagen, dann rechtfertigt das vielleicht die 8,5. Die sind schon gerechtfertigt. Ah, okay. Aber sag gerne, sag gerne. Ja, also es wurde berichtet, dass TikTok drei Stunden gewartet hat, die Polizei in Brasilien zu kontaktieren, nachdem ein Teenager seinen eigenen Tod gelivestreamt hat. Aber die eigene PR-Abteilung wurde sofort informiert. Ah. Sagst du, oh, da hat sich gerade jemand umgebracht. Wie macht man das jetzt? Wie macht man, dass das jetzt nicht irgendwie schlimm ist? Na, aber lass mal in drei Stunden erst die Polizei kontaktieren, dass da gerade ein Kind gestorben ist. Naja, es sind ja auch irgendwie Klicks wahrscheinlich, ne? Wahrscheinlich. Ja. Im Zuge dessen habe ich auf jeden Fall eine Seite gefunden, die das alles schön dokumentiert. Jeder, der jemals durch TikTok gestorben ist, gibt es 41 tatsächlich schon. Die meisten in Indien und Brasilien, weil die irgendeine, weißt du, do it for the TikTok, irgendwas waghalsiges machen und dann dabei sterben. So. Ein Anti-Putin-Blogger, das ist eigentlich auch eine übelst große Geschichte, aber irgendwie spricht keiner darüber, nicht mal wir. Das sage ich jetzt wenigstens noch in den letzten Minuten. Ein Anti-Putin-Blogger wurde in einem französischen Hotel ermordet. Hm. Tja, juckt keinen. Okay, weiter. Noch was? Es ist halt wirklich hart. Es ist halt keine Überraschung. Es ist halt keine Überraschung. Ja, aber das müsste halt trotzdem einfach ein europäischer Skandal sein. Ja, aber da siehst du doch auch mal, dass wenn immer alle behaupten, die Deutschen hätten ja eine Diktatur und Merkel-Regime und so, es ist doch kein fucking AfDler irgendwie umgekommen und sogar Höcke läuft noch frei durch Erfurt. Ist das ein Aufruf, Tino? Nein, eben nicht. Wir haben keine Diktatur, wir haben keine, wir haben einen Rechtsstaat, wo keiner stirbt für seine politische Meinung. Außer Rechte erschießen CDU nicht. Das stimmt. Aber das muss eine Demokratie halten. Das muss sie aushalten, absolut. Okay, liebe Leute, es war mir ein innerliches Blumenflücken, ne? Ja, ich bin ein bisschen nasal heute. Ja, ich bin ein bisschen unten. Ja, ich bin ein bisschen. Ja, ich bin ein bisschen.